Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Colucci Box von Flair. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxenhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Colucci von Flair, das Ganze erscheint morgen am 29.03. Ich stelle euch das Ganze heute schon vor. Wir haben hier eine unfassbar große Box, also ein schwarzer Karton von DevShop, der aber über Amazon bestellbar und von Amazon versendet wurde. Wir haben hier auf der Seite einmal das weiße D, E und F von DevShop. Dann auf der Seite hier lesen wir Colucci Limited Deluxe Box Edition, sei es L. Also die College-Jacke, die sich darin befindet, war in drei Größen verfügbar, L, XL und XXL. Ich habe mich in dem Fall für L entschieden. Darunter haben wir noch die Adresse von DevShop. Auf der gegenüberliegenden Seite wieder Dev. Und hier nochmal die Internetadresse. Von unten sieht das Ganze so aus, klassisch in schwarz. Und auf der Oberseite haben wir dann noch hier Social Media von DevShop, Instagram, Snapchat und Facebook. Gut, nachdem wir das mal alles zur Kenntnis genommen haben, würde ich sagen, wir öffnen die Box, diesen Karton. So, schneiden auch hier diese Seite auf. Und dann schauen wir mal hinein. Also der Karton ist echt unfassbar groß. Hier kann man ohne Probleme ein Kleinkind darin verstauen. Wir haben hier Karton bzw. Papierfüllmaterial. Dann haben wir hier einmal das Album Colucci. Dann haben wir hier noch einen Flyer mit dabei. Die Keiner-Kommt-Klar-Mit-Mir-Doppel-Vinyl. So wie natürlich die College-Jacke. So, nachdem wir das alles mal rausgenommen haben, machen wir die Box dieser Kiste zur Seite. Und nachdem hier die Tonträger noch in Folie sind, werden wir auch die mal hier rausschneiden. So, einmal das Album. Und natürlich die Vinyl. So, sehr gut. Jetzt haben wir das mal aus der Folie. Wir starten wie immer mit dem Album an sich. Colucci, so sieht das aus. Also das Cover wurde ja mehrfach während der Promophase noch angepasst. Das ist jetzt das endgültige Cover hier mit diesem ganz bunten Carlo-Pullover vor einer vollgetagten Wand. Das Ganze kommt in einem Standard-Julecase. Hier auf der Seite zieht sich die vollgetagte Wand noch durch. Und Colucci ist das 15. Album von Flair. Auf der Seite sieht das so aus. Flair, Colucci, Masculine Group. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 17 Tracks an der Zahl. Also, wie es hier aussieht, 13 regulär. Und dann noch 4 Bonus-Tracks. Und auf CD2 dann die Instrumentals. Wir haben jede Menge Features. Und zwar haben wir Features von Farid Bang, Mosenu, nochmals Mosenu, Sido, Adel Tawil, Adel Stabil, Basultan Hengst, Mosenu, nochmals Mosenu, nochmals Mosenu und nochmals Mosenu. Also der ja neu bei Flair. Und auch hier überall mit am Start. Dann haben wir unten noch Berlin-Schöneberg-Lesern zu lesen. Oben rechts einen Barcode und Flair, der hier sitzt. Aber es dürfte wohl ein U-Bahnhof sein. Dann schauen wir mal hinein. Kommen wir zum Booklet. Wir haben hier einmal die Tracklist mit den Infos, wer hat das Ganze produziert, wer war daran beteiligt. Dann Aufnahmen von Flair. Hier auch wieder Berlin-Schöneberg zu lesen. Dann hier die Credits zum Album. Weitere Aufnahmen. Und auch hier wieder ein Foto. Also das Artwerk bzw. das Booklet sehr fotodominiert. Mehr Bilder als Texte. Dann haben wir hier die CD, die Album-CD. Auch hier wieder Fleezy mit diesem Carlo-Pullover und der Dickenkette abgebildet. CD1-Album lesen wir hier. So sieht die aus. Und auf der Rückseite haben wir dann die zweite CD. CD2 Instrumentals lesen wir hier. Und auch hier nochmal Flair in anderer Pose. Also hier wird auf uns geschossen. Dann kommen wir zur Doppel-Vinyl. Auf die habe ich mich besonders gefreut. Es ist das Album Keiner kommt klar mit mir. Dieses ist 2015 erschienen. Und war genau so. Also das Cover war genau dieses hier. Gab es damals regulär nur als CD und auch als Box. Und jetzt in dieser Box, in der Colucci-Box, das erste Mal als Doppel-Vinyl enthalten. Oben lesen wir maskulin präsentiert. Darunter haben wir Flair in dieser College-Jacke, die wir auch in der Box dabei haben. Die Frank-White-Jacke, die berüchtigte. Hier alles in schwarz-weiß gehalten. Hier auf der Seite lesen wir nichts. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 18 Tracks an der Saal, die hier auf vier Seiten, also auf A, B, C und D Seiten, auf zwei Vinyls verteilt. Und auch hier auf diesem Album haben wir Features. Und zwar haben wir ein Feature von... Okay, ist jetzt gar kein so angeführt. Ich bilde mir ein, vielleicht täuschen wir jetzt auch, auf Track Nummer 15, Flair vs. Frank-White. Dass der Lars dabei war, aber eventuell hat er auch nur beim Schreiben geholfen. Also es sind 18 Solo-Tracks, wie man sieht. Dann haben wir oben hier die Credits und auch hier wieder die Info, wer daran beteiligt war. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl. Hier über die Doppelseite Flair in Rückenansicht. Hier sieht man nochmal schön die College-Jacke. Und dann schauen wir mal hinein. Wir haben hier eine schwarze Papierhülle. Und in dieser befindet sich eine wunderschöne Vinyl in Weiß gehalten. Das gefällt mir richtig gut, dass man die hier nicht klassisch in diesem Schwarz gehalten hat, sondern wirklich in Weiß eingefärbt hat. Sehr schön gemacht. Vier Tracks hier auf der A-Seite. Dann haben wir vier Tracks hier auf der B-Seite. Beziehungsweise nein, mein Fehler. Fünf Tracks waren es ja. Fünf Tracks auf der B-Seite. Dann machen wir Vinyl 1 wieder zurück in die Hülle. Und kommen zu Vinyl Nummer 2. Auch diese natürlich wieder in schwarzer Hülle. So sieht das aus. Die C-Seite mit vier Tracks. Und dann die D-Seite wieder mit fünf Tracks. Ja, also neun Tracks gibt es hier pro Vinyl. Macht dann insgesamt 18 Tracks. Schauen wir noch kurz, ob es hier noch etwas drin gibt. Nein. Nein. Also. Soweit zu den Vinyls. Packen wir die mal wieder rein. Nummer 1. Und Nummer 2. Dann haben wir noch einen Flyer mit dabei. Maskulin exklusiv bei Defshop. Also für die, die es nicht wissen. Flair ist ja mit Maskulin, beziehungsweise mit Ghettosport. Mit seinen Marken dort. Bei Defshop unter Vertrag. Also diese Sachen gibt es hier bei Defshop zu kaufen. Also ein Werbe- beziehungsweise Infoflyer. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch die College-Jacke. So. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl. So. So. Wir haben hier eine recht große und das, obwohl ich ja noch die kleinste Variante genommen habe. Also ich habe ja in der Größe L genommen. Gab es ja wie gesagt auch in XL und XXL. Und wir sehen, es ist diese schwarz-weiße Frank White College-Jacke, die wir kennen. Denn unter anderem, also ich glaube, das erste Mal in Erscheinung getreten ist er mit dieser Jacke zur Zeit von CCN2, als das mit Bushido das neue CCN2 gemacht wurde. Und das war, als sie es rauskamen, am 11. September 2009. Und in der Promophase dieses Albums habe ich diese Jacke das erste Mal wahrgenommen von Flair und Bushido, die ja damals im Partner-Loc unterwegs waren. Das ist echt schon eine Zeit lang her. Mittlerweile fast acht Jahre. Und ich glaube, er wurde auch oft darauf angesprochen, ob und wann und wie es diese Jacke zu kaufen gibt. Und jetzt gibt es sie endlich. Wir haben hier eine schwarz-weiße College-Jacke. Hier auf der rechten Brustseite haben wir in geschwungenen Buchstaben hier Flair. Auf der linken Seite das Maskulin M. Dann haben wir hier auch noch einen Zettel. The First Real Brand Maskulin. Das Ganze ist dann hier am Reißverschluss festgemacht. Kann man dann natürlich aufknoten. Ich lasse es jetzt mal dran. Wir haben zusätzlich zum Reißverschluss auch hier noch eine Knopfleiste, die ich jetzt mal hier komplett aufmachen werde. So, dann haben wir hier unten am Bund nochmals zwei weiße Streifen hier vernäht. Dann gibt es auch nochmal hier zwei Knöpfe zum Abschluss, damit das Ganze auch hier unten gut abschließt und nicht herumflattern kann. Zwei Taschen hier so im Bauchbereich mit weißer Außenart, also hier mit weißem Leder verarbeitet. Dann greifen wir mal rein. Ja, innenleben schwarz. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Also wir haben hier dann in diesem, wie nennt man das, in dieser Plüsch, in dieser weißen Faseroptik, sage ich jetzt mal, den Frank White Schriftzug. Das gefällt mir richtig gut. Also es ist so ein hellgrau-weiß und das hier ist dann so ein silbergrau. Oben am Nacken, also rundherum, ist dann auch nochmal hier schwarz-weiß gestaltet. Und wenn wir jetzt noch hineinschauen, dann haben wir hier die Info Size L. Also da wurde alles richtig gemacht. Ich habe in dem Fall die Size L bestellt. Und bevor ich es vergesse, wir haben hier im Innenleben dann auch nochmal eine Tasche. Also hier links innen haben wir noch so einen Eingriff. Da kann man was reingeben. Rechts gibt es keinen Eingriff, aber links vollkommen ausreichend. Ihr seht, von innen ist die Jacke so komplett im Steppmuster. Also hier komplett das Innenleben gesteppt. Und hier haben wir dann noch einen Zettel. Hier lesen wir, der First Wheel Brand, Large, designt in Berlin. Amazon Check It, produced for Universal Music, made in Pakistan. Grüße gehen raus. Dann haben wir hier noch die Infos, Wasch- und Pflegehinweise. Und das Ganze ist 100% Wolle, 100% Leder und 100% Polyester. Also hier die einzelnen Schichten, die hier verarbeitet wurden. Sehr schön. Ja, die Jacke wiegt echt einiges. Also gerade jetzt so für die letzten Tage, bevor es wieder warm wird, wahrscheinlich ganz gut geeignet. Ansonsten eher so im Herbst zu tragen. Und die ist echt heftig schwer. Aber so von der Qualität kann man da glaube ich nicht viel meckern. Die Ärmel sind jetzt noch etwas steifer, aber ich glaube, das ist auch der Temperatur geschuldet. Und wenn man die dann halbwegs mal erwärmt hat, so auf Zimmertemperatur, und die dann ab und zu trägt, dann werden sie auch diese steifen Ärmel hier ein bisschen besser angreifen. Gut, das war es soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte College-Jacke. Es gab ja schon diverse Jacken in Boxen, aber ich glaube, diese ist bis jetzt echt das Highlight. Die anderen Jacken waren dann doch eher so Windbreaker oder so Zwischenlösungen. Aber die Jacke ist auf jeden Fall das Hochwertigste bis jetzt. Dann haben wir hier mit dabei einen Info-Flyer, Maskulin Devshop. Wie gesagt, zähle ich jetzt nicht, wie ich jetzt boxen halt, aber ist dabei. Dann das Album, Keiner kommt klar mit mir, in Doppelvinyl. Zwei weiße Vinyls mit insgesamt 18 Tracks. Und natürlich das Album an sich Colucci im Standard-Julecase mit 17 Tracks plus Instrumentals. Jawohl, das alles in der wunderbaren Colucci-Box von Flair. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Flair unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt aber euch auf. Ciao.